Die Schlittelpiste am Uetliberg wird von Grünstadt Zürich am Walder 4 Uetliberg unterhalten. Wir präparieren mit dem Eradtrag die Piste. Wenn es viele Leute gibt, sind von uns Mitarbeiter unterwegs, die Hilfestellungen leisten können. Wenn Sie wissen wollen, ob die Piste offen ist, wählen Sie die Telefonnummer 044 412 14 71. Dann können Sie den Pistenbericht abhören. Wer auf die Uetliberg kommt, findet am Start die Tafel mit den Sicherheits-Tipps und ob die Schlittelpiste offen ist. Zudem hat es hier eine Tafel mit den Verhaltensregeln. Ich empfehle euch diese mal durchzulesen. Ich bitte euch, passet eure Geschwindigkeit an und nehmt doch Rücksicht aufeinander. Da kann nichts passieren. Und solltet trotz allen Vorsichtsmassnahmen gleich zum Umfeld mit verletzten Personen kommen, alarmiert umgehend die Rettungskräfte über die Notrufnummer 144. Bei der Alarmierung ganz wichtig anzugeben, die ihr euch befindet. Ihr findet auf dem ganzen Schlittelweg 14 Rettungstafeln mit der Nummerierung der Rettungspunkte. Wir können euch mit unserer wintertauglichen Einsatzambulanz auf dem ganzen Schlittelweg erreichen. Jetzt wünsche ich euch viel Spass beim Schlitteln. Viel Spass! Viel Vergnügen beim Aberschlitteln!